Und drück' mal auf Start. Achso, die Song-Requests sind wieder aus, China. Hä? Luna? Warte, 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 warte. Was zur Hölle geht hier vor? Warum ist Luna hier? Du meinst, dass sie das Armband nimmt und in eine der anderen Räume geht? Wie soll sie abstimmen? Betrug. Ich bin sicher davon. Sie hat sieben Punkte, richtig? Was? Dann, warum macht sie das? 8 BP below 9. Say she defaulted to Ally. We could choose whatever we wanted and we'd still get 9 BP. She's here to make sure that doesn't happen. Ten seconds remain until Amphodex Game Holding closes. Nun wollen wir mal Betray. Du meinst, dass es ja auch nichts bringt, wenn wir dann immer auf Nullpunkten rumdöden. Machen wir gleich, China. Ein harmer Tiger. Könnte mal bitte jemand den China streicheln? Ich glaube, der Tiger braucht ein paar Streicheleinheiten, damit es ihm wieder besser geht. Luna! Wo ist Luna? Ich ging aus der Tür und rannte in den MB-Raum, von dem ich dachte, dass sie dort hineingegangen wäre. Aber sie ist gegangen. Wohin ist sie gegangen? Dann... Da war es. Nein. Sie hat es nicht genommen? Das macht keinen Sinn. Warum würde sie nur aufrufen, wenn wir um zu wählen würden? Es gab keine Grund, dass sie hierher kommen, wenn sie nur auf Differenzierung gehen würde. Resultate von Rund 3 des Anderdex-Games werden nun displayiert. Bitte schreibt eure Aufmerksamkeit auf die Resultate-Schritte. Äh, richtig, die Ergebnisse. Ja, lasst uns mal schauen. Penalized. Penalized. Betray und Luna. Äh, lie. Damit sind wir raus. Ja, das Spiel geschafft. Wunderbar. Sigma und Viren kommen. Ja, hier sind jetzt nochmal die Regeln. Dass man nicht abstimmen... Nicht, nicht abstimmen soll, denn ansonsten wird jeder bestraft. Mit anderen Worten. Ja, ich finde, das haben wir ja geschwommen. Fünf davon sind schon tot und Quark's Bracelet ist weg. Das bedeutet, dass alle Bestrafungen bedeutungslos sind. Ja. Wir wissen immer noch nicht, warum sich Luna gezeigt hat. Es gibt keinen Grund für sie nochmal hierher zu kommen. Ich kann nur über ihre Gründe glauben, aber ich bin sicher, dass es ein Teil von einem Plan war. Ein Plan für was? Wer weiß. Also was tun wir jetzt? Was auch immer Luna schenkt, haben wir noch 9 BP bekommen. Willst du weg? Nein. Wir können nicht. Wir wissen immer noch nicht, ob Quark in Sicherheit ist. Keine Chance, dass ich ihn zurücklasse, bevor wir ihn gefunden haben. Also, bleibst du mit mir hier? Natürlich. Lass uns gehen. Jetzt rechte er sich um und ging durch die Zyane-Tür. Ich folgte ihr dicht an den Versen. Aber wir finden sie in ihnen nicht. Hallo Smoo. Jetzt kriegen wir nochmal alle schönen Räume gezeigt. Ähm... Der Book aus dem Paradies und den Namen von Sigmus und Fies Sohn und Tochter wurden übermittelt, welche sie Adam und Eva... Okay. Mist! Er ist hier auch nicht. Das ist der letzte Raum. Well, der letzte Raum, den wir in den Raum kommen können. Und wir haben Luna auch noch nicht gesehen. Wo zur Hölle ist sie hingegangen? Wir standen dort, versuchten zu entscheiden, was wir als nächstes tun sollten, als wir eine vertraute Stimme durch die Einrichtung hörten. Die Nummer 9-Tür hat geöffnet. Was? Es wird geöffnet für neun Sekunden. Was? Was? Nein, das ist nicht möglich. Was ist nicht möglich? Aber sie biss sich nur auf die Lippen und sagte nichts. Dann, viel zu bald, war es vorbei. Die Nummer 9-Tür hat geöffnet. Ja, entweder Quark oder Luna. Das endet das Nonary-Game. Ich meine, die Tür öffnen kann ja an sich... Kann jeder die Tür öffnen oder kann wirklich nur jemand mit Nummer 9 am... Also mit neun Punkten mindestens die Tür öffnen? Wie war das? Danke für deine Artistik. Und dann muss es Quark gewesen sein. Als das Spiel vorbei ist, haben alle Türen, außerhalb der Nummer 9-Tür, unkloppt. Eskippen ist nicht möglich. Bitte, geniessen deinen Tag. Was? Was ist gerade passiert? Jetzt ist alles vorbei, oder? Wir sind hier eingesperrt. Für immer. Damit verschwand sie. Ja. Mit einem Seufzen drehte ich mich um, um mir zu folgen. Aber Quark kann es ja eigentlich auch nicht gewesen sein, wenn seine Armband ab ist. Oh, weil hier steht ja Lock, also denke ich mal schon, dass man das Armband braucht. Ähm. Wir können nicht einfach auch die Tür sehen und... ...sagen, ob sie jetzt geöffnet war oder nicht. Wahrheit. Aber die Projekte sollte uns sagen. Was? Was? Luna und Quark sind entkommen? So, es würde so sein. Warum? Wie? Und fast wie auf Befehl begann der Screen zu flackern. Und Zero Junior erschien. Well, well, well. Long time no Zero. Remember your old pal Zero? Du? I'm guessing somebody's hoping for an Explanation. ...about what the diddle-yo just happened. Because we're such great friends, I decided to make an exception and descend from on high to give you the 4-1 run. Aren't you, Oppie? Ah. So, was ist diese Explanation, die du hast? Well, let's start with little Quark. He was given an Emma's Bag, they put it in to his room. While he was out, Luna carried him to the other side of the number 9 door. Aber, wie hat sie die Tür geöffnet? Mit Quark's Bracelet, du schlusser Junge? Also, man braucht tatsächlich ein Armband, um sie zu öffnen. Er war noch in der Infirmary. Erinnerst du? Luna hat gerade darüber gesprochen und hat es abgeholt. Also, ich war richtig. Quark hatte 9 BP, als die zweite Runde endete. Aber wurde er nicht nach der dritten Runde penalized? Ja, er hat es. Aber die Penalty, Karin, hat deine Punkte, nur dein Leben. Die Kugel kamen und so weiter, aber die Punkte waren die gleiche. Also, Luna hat Quark zu der Tür genommen. Und, da ihr Armband schon ab war, ähm, störte sie die Bestrafung nicht. Oh, richtig. Sie ist ein Golem. Okay. Schön, ich hab trotzdem noch ein paar Fragen an dich. Nicht du. Gut, dass ihr euch nicht Fragen habt für mich. Das ist nicht das Alphabet. Ja, 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 ja. Du fühlst mich ziemlich gut, wenn du so ein bisschen schlafen kannst. Ich meine, sechs Leute haben hier einfach sterben. Eh, das ist nicht wirklich ein Problem. Das ist nur, wie du Menschen sind. Also, als du es machst, nichts anderes passiert. Am ich richtig? Nein, da liegst du falsch. Nein, da liegst du mit uns. Es ist cool. Es ist cool. Ich weiß, du musst dich schlafen. Ich meine, du wählst dich. Ich meine, du wählst dich. Das bedeutet, dass du nicht glaubst Luna. Ja? Fingern? Sie ist ein Golem. Sie vielleicht sogar ein Verrückter. Das ist, was du planst, du sie hier in Bonnout, nicht wahr? Du siehst? Es ist alles über dich. Habt ihr gedacht, wie schade du dich hast, Luna? Was? Warte. Ich habe immer noch Fragen für... Nein, ich will nicht warten. Ich mag nicht warten. Ich habe mal erwartet. Und ein halbwitterer Rektil hat mich besser auf mich, weil ich es habe. Ich will sicher, dass ich meine Zeit verhälte. Der Tortoise und der Haare. Okay, dann. Ich will dich in der Seele. Ich habe einen schönen Traitor. Für einige lange Momente starrten Vee und ich einfach nur auf den Fleck an der Wand, wo Zero gerade verschwunden war. Wo war Quark gewesen? Wer hatte ihm mein Anästhetikum gegeben? Und warum? Wir hatten keine Ahnung, wer jeden getötet hatte. Und Zero Seniors Identity, genauso wie im Sinn des Nonary Games, blieb ein Mysterium. Für unsere Zukunft. Was sollen wir jetzt machen? Ich hatte die Worte noch nicht laut ausgesprochen, aber dort waren wir. Der Tortoise gewinnt, weil er immer noch wenn es hoffentlich war. Ich denke, wir sollten das gleiche machen. Und wir haben viel Zeit, nachher. Wir geben den Tod das naheste Ding zu einem Funeral, das wir machen können. Und wenn das fertig ist, wir beginnen, zu schauen. Selbst wenn ich dieses Ort nicht verliebe, ich werde herausfinden, warum wir hier waren. Ich versuche es. Ich schaute in das Feuer in ihren Augen und nickte. Wenn schon sonst nichts, wenigstens hatten wir einen Sinn. Game over. Dann machen wir doch mal direkt hier weiter und wählen diesmal Ally. Das war das das ist erstmal genauso wie vorhin auch. Hey, Sigma! Are you insane? Why the hell did you choose Ally? Warte. Wir können uns darüber später noch unterhalten. Jetzt? Sie ist weg. Wo ist sie hin? Dann... Da ist es. Ich hab's mir schon gedacht. Sie hat es nicht genommen. Ohne das Armband konnte sie nicht abstimmen. Dann... hat sie das System für sie wählt. Richtig, die Ergebnisse. Das sind jetzt natürlich keine große Überraschung. Das heißt, wir nehmen Luna mit raus. Der Luna nicht abgestimmt hat, wurde sie automatisch auf Ally gesetzt und die anderen sechs wurden penalized. Ja, das machen wir springen wir jetzt. Das wissen wir ja schon. Dann... wieder mal. Fünf von... äh... ihnen sind schon tot. Wir wissen nicht, wo Gorg ist, aber sein Armband ist schon ab. Ja, das bedeutet, all diese Penalte sind sinnvoll. Warum hat Luna dann aufgewandert? Ich meine, wir haben jetzt unsere 9 BP, aber... was willst du tun, Sigma? Willst du gehen? Was? Du verarschst mich doch, oder? Was sind du nicht diejenige, die gesagt hat, dass wir noch nachschauen sollten, ob Gorg immer noch lebt? Ich kann nicht einfach gehen und ihn hier zurücklassen. Sind Sie sicher? Ja. Well, das ist ein Relief. Ich hatte es, dass du das gesagt hast. Und Luna auch, richtig? Hm. Hm. Die Ambedex-Gate haben geöffnet. Rund 4 der Ambedex-Gate wird die Star-Round. Star-Keyes. Vier und ich überprüften unsere Armbänder nur aus Reflex. Ich war ein Magenta-Paar, genau wie es vorher aber Vier wurde zu einem roten Solo. Es spielte keine wirkliche Rolle. Unsere beiden Armbänder zeigten die Nummer 9. Alles, was wir tun mussten, war, die Nummer 9 hier zu öffnen und wir würden nie wieder das AB-Game spielen müssen. Okay, Quark kommt erst. Lass uns dreht sich um und ging durch die zianfarbene Tür. Ich folgte ihr dicht an den Fersen. Da sind schon viele Überschneidungen hier drin zu eben. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt wieder die komplette Tour bekommen. Sieht aber ganz danach aus. Aber war ja nicht in der Krankenstation, das heißt, wir haben ihn jetzt schon wieder nicht gefunden. Und wir müssen ja auch immer noch die Bombe Nummer 0 finden. Das ist jetzt ja eigentlich die letzte Möglichkeit dafür. Was denn? Ja. Genau wie es auf der Karte eingezeichnet ist, ist diese Tür hier am Boden. Da ist ein Hebel an dem Ding in der Mitte, richtig? Wir haben uns gezogen und sie öffnete nur eine der Türen. Was ist damit? Geöffnet? Ja. Wer zur Hölle hat sie geöffnet? Und wie? Es ist nur eine Person, die es öffnet haben. Luna. Okay. Okay. Was zur Hölle sind diese Dinger? Was für Pods? Als ich es aussprach, wussten Teile von mir, was sie waren. Ich wusste nicht wie oder warum, aber es fühlte sich sehr, wie, sehr stark nach einem Déjà-vu an, als ich sie anschaute. Und plötzlich bemerkte ich, dass ich schon genau wusste, wie ich mit diesen Pods umgehen musste. Es war ein seltsames, nicht zu identifizierendes Gefühl, ähm, als ob irgendwo tief in mir war eine Vision von mir selbst, ähm, so dass ich das schon alles wusste. Hm, eine von ihnen ist aufgelöst. Die eine ganz links wurde sie benutzt. Lass uns die dann öffnen. Ja. Hallo, Mokai, schön, dass du noch hineingeschaut hast oder hereinschaust. Quark! Unsere Füße, äh, ja, halten, oder unsere Schritte halten auf dem Flur des Lagerhauses wieder. Das ist es. Volkskörper, ähm, pounced, schunkelte in meinen Armen, als ich rannte. Sein Puls und seine Atmung waren normal. Er war bewusstlos, aber er war am Leben. Achso, das Display des Behälters hatte uns ein, äh, hat uns ein paar Informationen zu seinem Zustand gegeben. Sofern wir es sagen konnten, ähm, wurde ihm ein Anästhetikum gegeben, welches ihn zum Einschlafen angebracht hatte. Ready? Was ist falsch? Du solltest sagen, ja, sicher. Ähm, ist das wirklich okay für uns, einfach zu gehen? Was? Was? Aber warum? Clover, Tenmyoji, die alte Frau, sogar Dio und Kei. Es gibt eine gute Chance, dass Luna alle von ihnen Aber warum? Es ist egal. Erinnerst du, was wir in Clovers' Bein? 016. Und was ist das gleiche Nummer? Die letzten drei Ziffern von Linas Produkt-ID Woher haben wir den alten Frau Korps? Im AB-Raum, aus dem AB-Raum, aus dem Luna herauskam. Und wenn du richtig bist, ihr Gehirn ist im zentralen Computer-Korps. Das bedeutet, sie könnte den Kränen, richtig? Sie könnte den immer wie sie wollte. Das bedeutet, jedes Alibi, das sie möglicherweise hat, um nicht in der Lage zu sein, diesen Kran zu bewegen, ist bedeutungslos. Genau. Sie muss den AB-Raum verliebt haben. Alice hat es sofort verliebt. Aber zumindest bedeutet, Luna hatte eine Grund, zu versuchen, Alice zu töten. Um sie ruhigzustellen. Sie könnte auch Dio und Kay haben. Erinnerst ihre Star-Keyes? Luna muss sie verliebt haben. Das legt sie in der Room mit Dio und ist verliebt, nicht? Ich verliebt, dass dieser ist konklusiv. Aber schau unsere options. Du, ich, Quark, und Luna. Wer denkt, ist die wahrscheinlich zu der murderer? Think das durch, Sigma. Luna ist ein Gollum. Das bedeutet, sie ist ein robot Teil dieser Facilität, designed für Gott knows was. Was du sagst über Gollums und das komputer ist true. Sie ist quasi eine Puppet the only option is to leave her and get out. Have you ever heard of the three laws of robotics? A robot without the three laws is just a bunch of metal and plastic. Okay. Du hast recht. Lass uns hier raus gehen. Du musst mich nicht fragen. Ist es nicht das was du immer sagst? Endlich raus hier! mit einem schweren lauten krächzen begann sich die Nummer 9 Tür zu öffnen. Sobald der Spalt groß genug war, um ihren Körper hindurch zu lassen, schlüpfte Vieh durch die Tür. Ich folgte ihr hindurch Quark immer noch in meinen Händen. Drinnen war eine massive Fahrstuhl Plattform wie diejenige, die für große Industrie oder die für Industrie ja, ihr wisst schon, Cargo mir fällt gerade das Wort nicht ein benutzt wird. Vieh dreht ihr Gesicht zu mir und ich legte Quark in ihre Arme. Fracht, ja. Bevor sie antworten konnte, drehte ich mich um und rannte. Äh, was? Warum? Nichts, denke ich. Entschuldige, Vieh. Es ist nur, es ist etwas, was ich machen muss. Pass gut auf Quark auf. Tja. So, ihr ist zu spät jetzt. Es ist zu spät. Tja. So hat jeder seine eigenen persönlichen Vorlieben. Ja, das wissen wir schon. Ja, verständlicherweise ist sie total traurisch. Ich hatte keine Entschuldigung. Schließlich mit Quark, mit Vieh und Quarks erfolgreicher Flucht fühlte ich mich, fühlte ich eine großen, oder fühlte ich eine große Erleichterung. Einer meines Ziele wurde erreicht und ich hatte eine schwierige Entscheidung getroffen. Mein Kopf fühlte sich leer und konzentriert an. mehr noch, als es vor langer Zeit der Fall gewesen war. Okay, Zeit zu gehen. Luna wartet. Luna, ich wusste, dass du hier sein würdest. Oh, richtig. Wir haben hier noch nicht gesprochen, oder? Ist das nicht schön? Das ist der einzige Ort in dieser gesamten Beziehung mit nichts grünes. Ich fühle mich schade, zu sagen, aber es macht mich über die großen Outdoors. Ich denke, es ist der perfekte Ort, für eine sehr große Konversation. Ich fühle mich über die Natur überraschend. Es macht mich glücklich. Ich bin nicht sicher, was du gerade gesagt hast, was? Wer hat ihr das gesagt? Nuna schaute auf die Spieluhr um ihren Nacken. Oder, ja, vorsichtig und, äh, vorsichtig, ähm, die schwüsteste Teil und so bottom. Drehte sie den Boden auf? Ja. Sigma, bist du hier um etwas zu fragen? Warum habe ich sie vielleicht getötet? Nun, schließlich, ähm, wusste ich, dass du es nicht getan hast. Warum denkst du, dass ich es nicht getan habe? Ich möchte deine Rechnung wissen. Okay. Ich nickte und nahm einen Moment, um meine Gedanken zu sortieren. Lass uns mit der alten Frau anfangen. Genau, es gibt jetzt keinen Grund, jetzt noch groß herumzudruxen, schätze ich. Dio hat sie getötet. Ihr linker Arm war mit Blut bedeckt, bis zu dem Ellenbogen. Außer einem kleinen Streifen, wo das Armband aus einem Streifen auf dem Handgelenk war, der perfekt sauber war. Was könnte das verursacht haben? Meiner Meinung nach ist es ein Armband. Es war mit Blut bedeckt und hat ihr Arm sauber gehalten. Offensichtlich ist das mit Luminol reagiert hat. Das bedeutet, Dios Armband musste von der alten Frau kommen. Ist das deine Beweise? Das ist warum du denkst, Dio sie töten? Nein, das ist noch nicht genug um ihn zu verdächtigen. Schließlich könnte er auch einfach das Armband genommen haben, nachdem jemand anderes sie getötet hatte. Weil er es gestanden hat. Nachdem sein Armband mit Luminol reagiert hatte, habe ich ihn konfrontiert. Okay, gut. Du hast mich gemacht. Ich habe die alte Frau und eine Bracelet. Warte, wann das passiert? Ist das gegen die Regeln? Welche Regeln? Ich hoffe, du wirst nicht versuchen, Nox Szenen Befehle mit anzuführen. Spielt es wirklich eine Rolle, ob es gegen die Regeln ist oder fair? Die Wahrheit ist die Wahrheit. Lass uns sagen, dass der Vorfall P passierte und nachdem die Zeitlinie sich aufgeteilt hat, in Zeitlinie A und B.